Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was ist wirklich wesentlich? Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit Dir teilen möchten? Ich bin Viktoria Dressel und ich freue mich riesig, dass Du mich gefunden hast und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche Dir zutiefst Inspiration für Dein Leben. Ja, jetzt haben wir uns so ein bisschen eingestimmt, Herbert. Wir haben uns ja bisher, glaube ich, heute das dritte Mal in unserem Leben live sehen können und heute aber in einem sehr besonderen Rahmen. Vielleicht kannst Du uns da mal mitnehmen, wo wir gerade sitzen und warum wir gerade hier sitzen. Also um eine kleine Einleitung zu schaffen für die ZuhörerInnen. Wo sind wir und warum sitzen wir hier? Okay, wo sitzen wir? Wir sitzen in unserer Jagdhütte, vielleicht etwas übertrieben Jagdhütte. Das war mal ein alter Schuppen, den wir ein bisschen umgebaut haben, dass wir dann einen kleinen Ofen und einen kleinen Tisch drin stehen haben. Dass man einfach bei schlechtem Wetter oder frühmorgens um fünf zum Kaffee trinken ein bisschen Schutz hat. Die Hütte steht auf 530 Meter Höhe im Schwarzwald, am Rande des Schwarzwaldes und ja, ist so mein Rückzugsgebiet. Klar, unser Treffpunkt, wenn wir auf die Jagd gehen mit den Jagdkollegen, Jagdfreunden oder halt einfach auch ein Rückzugsgebiet, wo man mal alleine sein kann. Oder zu zweit alleine sein kann. Geht ja auch. Das heißt, Herbert, du bist unter anderem auch Jäger. Das ist mein Hobby, ja, genau. Wenn du sagst, das ist dein Hobby, bedeutet das, du hast irgendwann mal entschieden oder hast festgestellt, dass dir das Freude macht oder dass du ein großes Interesse dafür hast und musstest dann ja auch, man kann ja nicht einfach entscheiden, dass man Jäger wird. Wie war da der Ablauf? Ja, ich habe einen Onkel, der war Jäger, seit ich denken kann. Und dann bist du halt als kleiner Junge da mitgegangen auf den Treibjagden als Treiber oder abends mal mit ihm auf dem Hochsitz. Ja, und das hat ja als junger Mensch, da war ich 13, 14, natürlich gut gefallen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich Jägerprüfung mache. Damals war ich 16, war ich Hessens jüngster Jäger. Dann sind das elf Monate, die man da die Schulbank drückt. Zwei-, dreimal die Woche abends, Samstag auf dem Schießstand. Und dann muss man diese Jägerprüfung ablegen, unabhängig davon, ob man 16 oder 18 ist, also frühestens 16. Ich habe die mit 16 auch schon gemacht. Und dann hat man einen Jagdschein, der einen berechtigt zu jagen. Und gut, das sind jetzt ein paar Jahrzehnte her. Mittlerweile habe ich eben hier oben meine eigene Jagd gebracht, seit dem 10. Jahr jetzt. Und ja, wie kommt man dazu? Man wächst damit auf. Also mein Opa hat einen Bauernhof. Da wächst man einfach damit auf, mit der Natur, mit Tieren. Ich esse überzeugterweise immer noch Fleisch. Und dann esse ich es auch gerne so, wo ich weiß, wo es herkommt. Einfach aus dem Wald. Wenn du sagst, du hast deine Jagd gepachtet, hast du das jetzt so gesagt? Ja, genau. Was bedeutet das? Pachtet man dann ein gesamtes Waldstück? Oder was pachtet man als Jäger? Man pachtet das Jagdrecht auf einer Fläche. Je nach Bundesland muss sie eine Mindestgröße haben. In unserem Fall hier ist das ein Waldgebiet von Forst BW, also vom Land Baden-Württemberg. Und die verpachten das Jagdrecht. Das heißt, uns gehört hier nichts. Uns gehört auch nicht der Wald. Uns gehören auch nicht die Bäume. Aber wir haben das Recht, im Rahmen des jeweiligen Jagdgesetzes hier eben die Jagd auszuüben, wild zu schießen, uns das anzueignen, das mit nach Hause zu nehmen. Also das ist eine Pacht, aber nur eines Rechtes. Keine materiellen Dinge. Gut, wenn du was geschossen hast, dann gehört das dir oder dem Jagdpächter. Aber eine Jagd kostet mehr, als du jetzt durch das, was du Ertrag bringen kannst. Das kostet immer mehr. Wie jedes Hobby. Das ist halt auch ein Hobby. Wie groß ist dieses Gebiet? Also kannst du es mal so abstecken? Und was lebt in diesem Gebiet? Also mal ein bisschen so, ich komme aus der Stadt, den Städter mitzunehmen. Wem begegnen wir denn hier? Was schießt? Du, wer lebt hier? Wie groß ist dieser Wald? Also das Revier hier hat 220 Hektar, glaube ich, 230 Hektar. Davon sind 9 Hektar Wiesen. Und der Rest ist definitiv Wald. Also wir haben hier einen Mischwald. 60, 70 Prozent Laubwald. 30 bis 70 Prozent Nadelwald. Leben Menschen in dem Revier? Vier. Das heißt, wir haben hier einen ehemaligen Bauernhof. Da leben tatsächlich noch vier Menschen. Und außerhalb des Reviers, direkt angrenzend, ist eine ehemalige Gastwirtschaft. Da sind vier oder fünf Menschen. Und dann noch ein kleiner Bauernhof, da leben auch vier oder fünf Menschen. Also Menschen begegnen uns hier sehr selten. Hilfesucher, ja. Ganz, ganz selten mal ein Fahrradfahrer oder ganz, ganz selten ein Wanderer. Die spreche ich dann immer an, weil die haben sich dann verlaufen. Hier geht kein Wanderweg durch, durch das ganze Revier. Die gehen alle nur außen dran vorbei. Ansonsten gibt es hier natürlich Hasen, Füchse, Dechse, Rehe, Wildschweine. Und natürlich alles andere Viehzeug, was im Wald zu tun hat, ja. Vögel, Spechte, Eulen, Uhu. Bis jetzt noch kein Wolf. Wir haben zumindest noch keinen gesehen. Vielleicht auch ein Luchs. Aber die Hauptwildart ist hier Reh und Sau. Man jagt eher im Dunkeln oder im Hellen? Also das Problem ist, dass das Wild immer mehr nachtaktiv wird. Aufgrund dessen, dass tagsüber halt sehr viel Umtrieb in den Wäldern ist, ja. Und in der Morgen- und in der Abenddämmerung ist so die Hauptjagdzeit jetzt für Rehwild oder Rotwild. Oder also alles, was man so am Schalenwild kennt. Weil die da meistens vom Wald aufs Feld gehen, zum Esen zu pressen. Und die Wildschweine jagen wir meistens, also ja meistens nachts. In der Dämmerung oder nachts. Oder halt auf diesen Drückjagden. Das ist natürlich sehr effektiv, um die Wildschweine einfach auch bei Tageslicht bejagen zu können. Weil nachts kannst du nicht auf dem Flüchten das Wild schießen. Siehst du ja nichts mehr. Also immer so in der Dämmerung morgens und abends. In der Blattzeit, also Brumpfzeit oder vom Rehwild kannst du auch mitten am Tag. Also siehst du auch mitten am Tag Rehwild. Wildschweine siehst du am Tag relativ selten. Das ist so eine Ausnahme, dass sie irgendwo aufgescheucht wurden. Darauf zu spekulieren und sich irgendwo auf den Hochsitz zu setzen, macht keinen Sinn. Die sind mehr Dämmerung- und Nachtaktiv. Genau wie jetzt der Fuchs oder der Dachs, die kommen eigentlich auch erst, wenn es dunkel wird oder in der Dämmerung. Man sagt immer so, wenn das Licht blau ist, dann sieht es Wild auch am besten. Die haben ja nicht unbedingt so einen sehr guten, also sie sehen ja nicht unbedingt so sehr gut. Sie können nicht Farben sehen wie wir. Die können aber in dieser Dämmerung sehr gut sehen. Deswegen sind die da auch sehr aktiv. Jetzt sitzen wir ja, wir haben ja angefangen hier kurz nach fünf in der Hütte und ihr hattet gestern eine Übung. Aber wenn ihr jetzt losgehen würdet, hast du im Kopf, wann die Sonne aufgeht und wann jetzt Dämmerung einsetzen würde? Weil jetzt, wenn ich rausgucke, ist es ja noch viel zu dunkel, um eine Jagd zu beginnen. Ja, heute wäre jetzt, also heute hat man ja technische Möglichkeiten auch nachts zu säen. Für den Wildschwein dürftest du heutzutage auch ein Nachtsichtgerät benutzen. Das war früher verboten. Für Rehe ist es sowieso verboten oder für alle anderen Wildarten auch. Das heißt, heute wäre so Schusszeit, ich glaube ab 7 Uhr oder 7.05 Uhr. Also da hatten wir heutzutage Apps für. Und du schaust immer, dass du mindestens eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang am Platz bist, mindestens. Damit einfach auch wieder Ruhe eingekehrt ist, bis die Sonne aufgeht oder bis du genug Licht zum Schießen hast. Das macht ja keinen Sinn, im Dunkeln rumzuballern. Das muss ja alles ein bisschen mit Hirn und Verstand passieren. Aber das, ja, also es gibt ja diese Dämmerungsuhren. Oder heutzutage hast du halt ein App, da schaust du drauf. Und dann siehst du, okay, ab 7 Uhr ist genug Licht. Hängt natürlich auch an der Bewölkung. Hast du Mond, hast du, ja, wie ist das Wetter? Wenn es regnet, ist es natürlich schlechter vom Licht her, als wenn die Sonne scheint. Und dann sitzt du im Zweifelsfall halt auch mal eine Stunde zu früh im Wald. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja schön, wenn morgens die Natur erwacht. Also es ist traumhaft. Von daher lieber eine halbe Stunde zu früh, als fünf Minuten zu spät. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, du bist ja teilweise eben auch hier mal, um dich zurückzuziehen, aber eben auch alleine auf der Jagd. Das heißt, du ziehst dann mit deinem Hund, müssen wir ja vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, dass hier deine Begleitung am Ofen liegt gerade. Wer ist das? Das ist mein Deutsch-Wachtel. Das ist ein Stöberhund, der jetzt zweieinhalb Jahre alt ist, ist noch ein bisschen in der Ausbildung. Ja, ich gehe nie ohne Hund auf die Jagd. Jagd ohne Hund ist Schund. Das ist so ein altes Sprichwort. Also ich habe immer den Hund auf der Jagd dabei. Wenn ich auf dem Hochsitz bin, dann sitzt der im Auto, weil der ja eine kleine Leiter hochkrabbeln kann. Bei der Treibjagd ist er ein ganz, ganz wichtiger Helfer, weil er ja das Wild aufscheucht und vor sich her jagt oder treibt. Und du brauchst den Hund natürlich auch nach dem Schuss. Das heißt, wenn du ein Stück geschossen hast, das ist ja nicht so, dass die dann schlagartig umfallen und da liegen. Das passiert auch. Aber oft springen die nochmal 10, 20, 30 Meter weg in den Wald. Und wenn so ein Wildschwein 30 Meter in die Dickung rennt, dann findest du die nicht mehr mit bloßem Auge. Da hast du keine Chance. Also du kannst dieses Blut manchmal sehen. Der Jäger sagt dann Schweiss. Der sagt zum Blut nicht Blut, sondern Schweiss. Und dafür hat man einen Schweisshund. Oder der Hund kann Schweissarbeit machen. In Amerika heißt das dann der Bloodhound. Also da sagt man dann tatsächlich Blut. Und der Hund führt dich dann zu dem Stück. Von daher ist ein Hund unabdingbar für die Jagd. Leider hat nicht jeder Jäger einen Hund, verständlicherweise. Aber ohne Hund jagen ist ein Unsinn. Würdest du, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hättest keinen Hund, würdest du dich dann anders durch den Wald bewegen? Jetzt nicht in Hinsicht auf eine Jagd, aber wärst du dann vielleicht etwas ängstlicher oder so? Ich meine, hier ist ja wirklich stockfinster. Ich bin jetzt mit meinem Auto hochgefahren. Wenn du hier auf der Hütte sitzt, ist es auch gleichzeitig, könnte man sagen, total friedlich. Und die Frage ist, wärst du ohne Hund ein bisschen ängstlicher? Gäbe es da Angst oder kennst du das gar nicht? Also ich im Wald Angst habe, das kenne ich tatsächlich nicht. Weil ich in der Regel ja, ich sage mal, wenn ich jetzt auf den Hochsitz gehe, sitzt der Hund im Auto und die 100 oder 150 oder 200 Meter laufe ich ja auch ohne Hund durch den Wald. Ich laufe meistens sogar ohne Taschenlampe durch den Wald. Ich brauche die selten. Ich sehe nachts relativ gut. Und nee, Angst kenne ich da eigentlich nicht. Ich bin das ja auch gewohnt. Das macht mir auch nichts aus. Nee, da knackst du mal, da raschelt es mal. Aber das sind alles Geräusche, die man kennt. Und man erschreckt mal. Ja, klar, wenn du am Hochsitz sitzt und bist so ein bisschen am Eindösen, auf einmal sitzt ein Kauz vor dir auf der Fensterbank. Das ist jetzt gerade ein Jagdfreund von mir letzte Woche passiert. Natürlich erschreckst du dann. Aber Angst vor wem oder was sollst du Angst haben? Also ich wüsste nicht von wem. Also ein Wildschwein, der auf dem Hochsitz krabbelt und den Jäger frisst. Habe ich schon nie gehört. Und vor irgendwelchen Menschen, die dir hier im Wald auflauern. Also ich glaube, die lauern dann an anderen Stellen aus als irgendwo im dunklen Wald. Und wenn das so ist, dann wäre es so. Aber darüber, nee. Betrifft dich nicht? Nee, betrifft mich nicht. Wenn ich hier in der Hütte bin, alleine, und der Hund ist dabei, dann merkt der Hund lange, lange vor mir, wenn jemand käme. Aber in der Regel sind die, die da kommen, nette Menschen. Jetzt hast du gesagt, du ziehst dich auch gerne mal zurück hier auf die Hütte, um ein bisschen für dich zu sein. Also bist du ein Mensch, der auch die Ruhe braucht dann für sich selbst? Und was tust du dann, wenn du mit dir selbst die Ruhe suchst? Also ich bin gerne in Gesellschaft. Ich habe auch gerne Spaß und unterhalte mich gerne mit anderen Menschen. Aber ich genieße auch die Ruhe. Ja, tatsächlich. Und ich brauche das auch. Und ich komme auch sehr gut mit mir alleine klar. Also das ist ja etwas, was viele Menschen, glaube ich, auch verloren haben. Ich komme sehr gut und sehr lange mit mir alleine klar und genieße das auch. Ich habe immer auf dem Hochsitz ein Buch dabei. Also ich glaube so, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele Füchse und Rehe, die ihr Leben meinem Buch verdanken, weil ich dann auch gerne lese. Und ja, ich genieße das auch allein zu sein, in der Natur zu sein und halt der Natur zuzuhören, statt irgendwelchen Menschen, die mir die Ohren vollquassen. Also ja. Und so musst du, glaube ich, auch sein, wenn du Jäger sein willst. Also du musst schon ein Mensch sein, der die Natur mag und der auch die Ruhe aushält und der mit sich selber auch im Reinen ist, ja. Also du sitzt auf dem Hochsitz, hast dann deine Kopflampe an oder wie liest du? Ne, ich habe so ein E-Book, da kannst du ja heutzutage, früher musstest du da eine Lampe mitnehmen und wenn es halt zu dunkel war, hast du nicht mehr gelesen, weil die Lampe ja dann noch irgendwie, das ist ja komisch, wenn du auf dem beleuchteten Hochsitz sitzt, ich weiß gar nicht, ob das funktionieren würde. Dann kannst du halt nur lesen, solange es hell war. Heute habe ich halt ein E-Book, das ist dann hinterleuchtet, der leuchtet, da kannst du dann auch noch lesen, wenn es rundherum stockdunkel ist. Ja, das ist ja auch nicht so, dass ich dann seitenweise oder ganze Bücher durchwälze, aber so 10, 15 Seiten, dann gucke ich wieder mal in der Gegend rum oder du hörst ja viel, also viel machst du ja mit den Ohren, du hörst ja, wenn du den Ast knackst, Wildschwein hörst du dann auch mal, wenn es grunzt oder wenn es jetzt irgendwie durch den Wald bewegt, wenn eine ganze rote Wildschweine kommt, und die hörst du in der Regel auch. Also du hörst sehr viel und zwischendurch lese ich und dann gucke ich wieder mal und das passt gut. Was liest du gerade aktuell? Ich lese alles und zurzeit habe ich so ein bisschen die Richtung Ostsee-Krimis, also solche ganz leichte Krimis, wo du nicht wirklich viel denken musst oder einfach nur liest, die dann auch manchmal noch ein bisschen witzig sind. Da bin ich gerade so in der Ostsee unterwegs. Ostsee, Nordsee, Insel Rügen, habe ich jetzt bestimmt 10, 15 Romane gelesen. Alles so Dinge, so 250, 300 Seiten, also einfache Dinge. Ansonsten habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr Corona wieder mal alle fünf Bände Säule der Erde gelesen. Das ist dann schon ein bisschen schwerere Thematik. Ich lese auch oft zwei Bücher gleichzeitig. Das heißt, eins zu Hause und eins vielleicht auf dem Hochsitz. Ja, weil das E-Book halt zu Hause habe ich dann manchmal doch ganz gerne ein richtiges Buch in der Hand. Und dann muss ich manchmal aufpassen, dass ich die Handlung nicht miteinander verwechsel. Aber ja, also leichte, leichte Literatur in der Regel. Ich möchte dann ja nicht noch groß hören. Du sagst, man muss mit sich im Reinen sein, wenn man vielleicht auch in dieser Rolle als Jäger oft in der Stille ist, oft mit sich ist. Was würdest du sagen, hast du gemacht oder wie kommt es dazu, dass du im Reinen bist mit dir? Gute Frage. Also ich nenne das so, mit sich im Reinen sein. Man muss ja mit sich alleine das aushalten. Also es gibt ja immer Menschen, die sagen, ich will mal mitgehen auf die Jagd. Wie ist das so? Ja, klar. Ich nehme immer gerne jemanden mit, wenn das jemanden interessiert. Aber ich sitze dann halt zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden auf einem Hochsitz, alleine oder in dem Fall dann zu zweit. Aber dann können wir ja nicht quasseln, so wie wir zwei gerade. Macht ja nicht wirklich Sinn, ja. Das heißt, du musst diese Stille aushalten. Du musst aushalten, dass niemand mit dir redet. Und du musst dich dann, zwangsläufig, glaube ich, beschäftigst du dich dann mit dir selbst, mit dem, was du tust, mit dem, was du machst, mit dem, was du denkst und glaubst, mit dem, was im Geschäft passiert, was in der Familie passiert, ja. Und das ist so für mich mit mir im Reinen sein. Also diese Dinge abarbeiten im Kopf und am Schluss sagen, es passt. Oder zu sagen, das oder das passt nicht, da muss ich mich drum kümmern. Das ist so für mich im Reinen sein. Also man muss sich selber aushalten können. Das ist, glaube ich, wichtig und ich glaube, das haben viele Menschen verloren. Ohne Medien. Also klar, ich lese auch, aber ja nicht stundenlang oder bücherweise. Immer mal so zehn Seiten oder so. Also dieses Alleinsein aushalten, das ist für mich im Reinen sein mit sich. Du hast ja die Möglichkeit, dann in diesen fünf, sechs Stunden, wie du sagst, gewisse Aspekte, Sachen, die dich beschäftigen, zu durchdenken, zu durchfühlen, zu reflektieren. Das machen ja die meisten Menschen deshalb nicht, weil sie auch, könnte man sagen, ja sehr gefangen sind in ihren vielen Tun, in ihrer Arbeit, in ihren Aufgaben. Also so diese Rückzugsmöglichkeit muss man sich ja dann auch vielleicht einräumen, um mal zu sich selbst zu kommen oder wie siehst du das? Ja gut, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also ich gehe auch sehr gerne laufen. Ist ja auch so eine Geschichte, wenn ich joggen gehe, dann bin ich ja auch, ja gut, das machst du auch in der Gruppe. Aber dann bist du ja auch mit dir alleine und arbeitest Dinge ab. Also da hat ja jeder sein Ventil. Der eine sitzt aufs Fahrrad, der andere geht joggen, der Nächste geht schwimmen, vielleicht geht auch jemand in die Disco, um diese Dinge abzuarbeiten. Also da hat jeder seinen Weg. Bei mir ist es eben die Ruhe. Ich bin gerne im Wald, ich bin gerne allein. Ja, da hat ja jeder seine Methoden. Das ist ja okay, ich kann auch aufs Sofa liegen und mich entspannen. Oder in der Gartenarbeit oder was. Ja, gibt es viele Möglichkeiten. Meine ist die. Andere haben andere. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man für sich so einen Weg findet. halt mal zur Ruhe zu kommen oder zur Besinnung oder mit sich selbst sich zu beschäftigen. Wenn es dann wehtut, wird es Zeit, dass man wieder was anderes macht. Kann ja immer wehtun, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Was kann da wehtun? Ja, vielleicht, dass man erkennt, dass man was falsch gemacht hat oder dass man doch nicht so ist, wie man gern wäre oder ja, dass man keine Lösungen findet für ein Problem. also da kann es ja auch schon mal, das kann ja auch was mit einem machen. Und ich bin ja auch nicht immer der, der immer alles richtig macht. Und dann denkst du, also ich sage dann vielmal, wenn ich mich über jemanden ärgere oder meine, der versteht nicht, was ich von ihm will oder der tut mir Unrecht, dann denke ich immer, naja gut, der ist auch mal mit sich alleine. Und vielleicht im stillen Kämmerlein denkt er dann auch, es war blöd, was ich gemacht habe. Aber das gibt es dir ja nicht immer zu, natürlich nicht. Auch ich nicht. Ich bin ja kein anderer Mensch wie ein anderer Mensch. Aber diese Erkenntnis, die kann dann auch schon mal weh tun. Wenn man denkt, eigentlich war das, was ich jetzt gemacht habe, ziemlich doof oder blöd oder habe jemand verletzt oder war unfair und dann schaffst du es ja auch nicht immer, dann dich zu entschuldigen oder es nochmal aufzunehmen oder ja. Ja, okay. Damit muss man halt leben. Kann ich auch gut mit leben. Ich tue ja niemandem absichtlich weh. Aber mit sich selbst sich zu beschäftigen, kann auch mal wehtun, denke ich. Genauso wie es wehtun kann, wenn ich mich mit dir unterhalte oder tue dich mit mir. Man kann es ja auch gegenseitig wehtun. Ob wir es wollen, also hoffentlich nicht absichtlich, aber aus Versehen. Weil ich dich dann vielleicht an einer Stelle berühre, die mir nicht bewusst war, dass sie für dich genau, dass ich einen Spaß mache, den ich witzig finde und er dich aber an einer Stelle trifft, an der du einfach angreifbar und verletzlich bist und ich das nicht merke. Ja. Wenn du mir dann sagst, hallo, bitte so nicht, ich mag das nicht, dann kann ich mich erinnern. Dann kann ich sagen, sorry, war ein Witt oder es sollte ein Witt sein, war ein schlechter. Dann ist das vielleicht okay, aber ich denke, man tut gut, man tut schon mal, man sagt Dinge, die einen anderen verletzen, ohne dass man das selber merkt oder wahrnimmt. Menschen finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn das keine Absicht ist, kein bewusstes Tun ist, sondern wirklich daran liegt, dass man nicht weiß, dass der andere an der Stelle verletzlich ist. Und wenn der andere dann, das ist die Erwartungshaltung von mir, dass dann jemand sagt, du, stopp. Und wenn er das Stopp nicht tut, dann hat er das halt toleriert, was ja auch schön ist. Also, wenn ich jetzt was zu dir sage, was dir wehtut und du tolerierst das, weil du sagst, naja, das hat er jetzt nicht absichtlich gemacht, das konnte er nicht wissen, dann sind wir auch wieder im Reinen mit zwei. Dann ist das okay. Ja. Gibt es irgendwas, was du im Rückblick, wenn du so auf dein Leben schaust, so von heute, bis ganz an den Anfang, gibt es eine Sache, die du bereust? Also, ich bereue nichts von den Dingen, die ich im Leben getan habe, auch wenn die nicht immer alle richtig waren. Das ganz bestimmt nicht. Ich denke manchmal, ich hätte meiner Mutter, meinem Vater vielleicht öfter mal sagen müssen oder sollen, dass sie mich eigentlich ganz gut fürs Leben vorbereitet haben. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. bis ich das erkannt habe, war ich, glaube ich, zu alt. Ja, wir sind beide gestorben. Da hätte ich so im Nachhinein vielleicht doch ein oder andere Mal öfter ihnen sagen sollen, dass das eigentlich ganz gut war. Wobei ich dann immer denke, wahrscheinlich habe ich das auf meine Art auch getan. Also, ich meine, deine Eltern kennen dich ja in der Regel ganz gut und ich glaube, die wissen dann auch, dass du mit ihnen, ich sage mal, zufrieden bist. Aber das ist was, wo ich vielleicht öfter mal hätte tun sollen, was ich auch so vielleicht öfter mal tun sollte. Also, man meckert ja gerne und man lobt sehr selten. Ja, aber bereuen, nee. Ich habe ja immer versucht, einigermaßen gerade durchs Leben zu gehen. Ich glaube, das ist mir auch gelungen oder gelingt mir auch und richtig bereuen tue ich nichts, auch wenn nicht alles richtig war. So ganz falsch war es ja auch nie. Und das ist ja in der Situation, in der du bist, triffst du ja eine Entscheidung. Dann fünf Jahre später zu sagen, ich hätte mich anders entscheiden müssen, ist ja auch Unsinn. Weil in dem Moment, in dem du dich entscheiden musst, musst du dich entscheiden. Und das ist in diesem Moment dann wahrscheinlich die Beste, die du treffen kannst? Ja, eine Entscheidung ist immer besser wie keine. Also, nichts entscheiden ist für mich immer das Allerschlimmste, was ich tun kann. Und wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe und so war es zu 70 Prozent richtig und zu 30 Prozent falsch, dann kann ich mit der Entscheidung ganz gut zufrieden sein. Wenn es 95 Prozent richtig war, ist toll. Aber dann hinterher zu sagen, das war alles falsch und alles Quatsch. Nee, also, nee. Jetzt hast du deine Eltern angesprochen. Was war der schönste, glücklichste Moment, an den du dich erinnerst, wenn du an deine Kindheit und deine Jugend denkst, als deine Eltern noch gelebt haben? Puh. Fällt dir da was ein? So spontan fällt mir da nichts ein. Wir waren ja so ein Familienbetrieb, wobei ich sagen muss, der Betrieb hatte immer Vorrang vor der Familie. Das war immer wichtiger. Der Betrieb war immer wichtiger als die Familie. Das war zumindest so, als Kind habe ich das so empfunden. Ich denke auch heute noch, dass es so war. das Schöne dabei war, dass ich natürlich sehr, sehr oft und sehr viel Zeit mit meinen Eltern verbracht habe. Klassenkameraden, die sind dann nach Hause gekommen und haben bis um fünf zu Hause gesetzt, bis der Papa oder die Mama aus dem Geschäft kam. Meine Eltern waren ja mehr oder weniger immer präsent, weil das Geschäft ja da war und wir ja auch im Geschäft waren. Wir durften natürlich immer mitarbeiten, auch wenn wir nicht wollten. Und von daher hast du sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Das war sicher schön, aber jetzt so ein Ereignis, das schönste Ereignis meines Lebens mit meinen Eltern oder meinen Geschwistern, das müsste ich nicht definieren. Jetzt sagst du, das Geschäft war aber immer wichtiger. Würdest du sagen, dass da auf einer, jetzt bist du ja auch älter geworden und bist dir bewusster geworden und bist reifer und weiser, als man das als Kind hätte sein können. Gibt es da etwas, wo du sagst, das hat dir aber als Kind vielleicht auch manchmal gefehlt oder du hättest dir gewünscht, dass die Eltern vielleicht eben an der einen oder anderen Stelle dann euch als Kinder mehr Raum eingeräumt hätten, um vielleicht mehr Kind sein zu können, das höre ich jetzt so ein bisschen raus. Da war schon Arbeit wichtig und ihr habt viel mitarbeiten müssen, vielleicht nicht immer wollen. Hat dir da was gefehlt oder kannst du das so nicht sagen? Doch, das hatte schon, also das hatte schon oft was gefehlt. Also bin das erste Mal mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren, da war ich, weiß nicht, sieben oder acht oder neun. Urlaub machen gab es nicht, gab es nicht, wurde gearbeitet, in den Ferien auch und da habe ich dann schon manchmal gedacht, Mensch, andere, die gehen mit ihren Eltern zwei Wochen in den Urlaub und wir veredeln Rosen, hatten eine Gärtnerei, ja, das fand ich manchmal schade oder auch wenn du mal zu Hause warst und Hausaufgaben gemacht hast, was ich selten gemacht habe, dass die sich da mehr darum gekümmert hätten, das hätte ich mir tatsächlich ab und zu gewünscht, aber dafür war keine Zeit da, also, oder die haben sich die nicht genommen, vielleicht wäre sie da gewesen, das habe ich schon manchmal vermisst, wo einfach dann kein Ansprechpartner da war. Ich hatte noch eine Tante, die bei uns im Haus gewohnt hat, die hat das so ein bisschen kompensiert, die hat dann schon mal gesagt, jetzt setz dich mal hin und mach mal deine Hausaufgaben, ich gucke dann auch mal drüber und ich helfe dir, aber meine Eltern, wenn ich die was gefragt habe, habe ich eine Antwort bekommen, klar, aber die haben sich jetzt nicht die Zeit genommen, mit dir wirklich, ja, sich da mal darum zu kümmern, das habe ich dann auch schon als Kind so ein bisschen vermisst und muss ich sagen, ich habe das hoffentlich bei meinen Kindern besser gemacht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, also man versucht es ja dann auch zu ändern, wenn man sich selbstbewusst wird, was einem selber gefehlt hat und kompensiert das dann vielleicht auf die Weise, indem man es versucht, besser zu machen, aber das war dann dir auch ein Anliegen, zu sagen, ich möchte ein bisschen mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, als ich das selbst erlebt habe. Ja, absolut. Ich habe mich ja aus der Selbstständigkeit auch verabschiedet, bewusst mit dem Hintergrund mehr Zeit, damals für die erste, später dann auch für die zweite Tochter zu haben. Ich habe mal eine Zeit lang auch Arbeitszeit reduziert, damit ich nachmittags früher zu Hause bin für die Kinder. Ob ich das dann auch wirklich so gelebt habe und ob ich dann die auch immer das Gefühl hatten, dass ich da bin, weiß ich nicht. Das sind beide ganz gut geraten, von daher denke ich schon. Aber ob mir das so ganz gelungen ist, wie ich es gerne gewollt hätte oder wie es im Nachblick liegt zurück, weiß ich nicht. Aber ich glaube, zumindest der Versuch, der Versuch war da. Wenn es geklappt hat, wüsste ich die zwei mal fragen. Ja, ja. Wollte ich gerade fragen, vielleicht kannst du es ja oder sagen, vielleicht kannst du es ja mal fragen, wie sie das selber empfunden haben. Wer war deine wichtigste Bezugsbeziehung Person auf einer emotionalen Ebene als Kind, als Jugendlicher? Also zum Beispiel, mit wem hast du deinen ersten Liebeskummer geteilt? Waren das Eltern, waren das Familienmitglieder oder musstest du das dann schon outsourcen, sagt man so auf gut Deutsch, und hast das dann eher mit Freunden ausgemacht? Also ich hatte immer sehr gute Freunde, in jedem Fall. Ich hatte aber meine, ich bin so mit, ich muss überlegen, vielleicht mit 20, in Taunus auf die Jagd gegangen, bei einem Ehepaar, die auch eine tolle Jagdhütte hatten, und das waren zwei ganz, ganz tolle Menschen. Und die Ingrid war so für mich so ein bisschen auch eine zweite Mutter. Also das waren so Menschen, die mir sehr nah waren, und die Ingrid war auch ein Mensch, mit dem ich oft über Probleme gesprochen habe, jetzt glaube ich nicht über Liebeskummer, aber was beschäftigt mich, wo will ich beruflich hin, was ist zu Hause gerade für ein Theater? Also das war schon ein Mensch, der mir sehr, sehr wichtig war. Ich leide auch schon gestorben, wo ich oft mit ihr so auf der Hütte auch manchmal ohne miteinander zu reden, uns unterhalten und ausgetauscht habe. Also das war schon ein ganz, ganz toller, wichtiger Mensch in meinem Leben, ja. neben vielen anderen. Also es gab natürlich noch mehr solche Menschen, die trifft man im Leben, und leider verliert man es auch manchmal wieder, aber das gibt es schon, ja. Klar. Also höre ich raus, dass du auf jeden Fall auch schon den ein oder anderen, dir wichtigen Menschen verabschieden musstest. Also deine Eltern sind verstorben schon beide, auch diese Ingrid und ihr Mann wahrscheinlich auch. Ihr Mann auch und auch ein paar sehr gute Freunde von mir, ja. Ja, leider sind da schon einige nicht mehr da. Ja. Tatsächlich. Ist das ein Thema, wir sitzen ja hier zu unserem letzten Café, ist das ein Thema, also der Tod selber, mit dem du ja auf eine ganz natürliche Weise aufgrund deiner Aufgabe, die du als Jäger durchzuführen hast, ja irgendwie auch immer wieder konfrontiert wirst? Also ich bin ja, ich habe 1979 Ausbildung auf dem Friedhof begonnen. Ich bin ja gelernter Friedhofsgärtner. Oh, schön, dass wir das jetzt noch teilen. Das wusstest du noch gar nicht. Nein. Und habe mich deshalb in den letzten 44 Jahren natürlich sehr viel mit dem Thema Tod beschäftigt. Ja, habe sicher 70 Prozent meines berufspflichten Werdegangs auf Friedhöfen oder mit dem Thema Friedhof verbracht. Ich bin im Verband der Friedhofsverwalter Vorsitzender im Bundesvorstand. Also ja, ein Riesenthema. Allerdings ist das ein Riesenunterschied, ob das dein Beruf ist und du dich mit dem Tod beschäftigst, weil er Teil deines Berufes ist oder ob du einen Freund oder einen Familienmitglied oder einen Bekannten verlierst. Also das sind zwei völlig verschiedene Baustellen. Aber natürlich beschäftigst du dich mit so einem Beruf zwangsläufig mit dem Tod. Ja, ganz klar. Und du hast auch, wenn du auf dem Friedhof arbeitest und mit den Menschen auf dem Friedhof arbeitest, natürlich einen anderen Zugang oder eine andere Berührung mit dem Thema. Ganz klar. Musst du ja. Du bist ja auch Ansprechpartner für Menschen, die mit diesem Thema gerade konfrontiert werden. Welche Beziehungen hast du zum Tod? Also wie würdest du deine Beziehung da beschreiben? Ja, der wird irgendwann kommen und dann, das ist ja auch gut so. Also, ich denke, das Leben ist deshalb schön, weil es endlich ist. Und jeder ist natürlich der Meinung, er will nicht 100 werden oder 150 werden, keine Ahnung. Also ich möchte nicht heute Morgen sterben, aber mir ist klar, dass das kommen wird. Das normale Prozess finde ich auch nicht schlimm. Habe auch keine Angst davor. Aber, ja, wie gehe ich damit um oder was habe ich da für eine Vorstellung? Ich halte das für einen ganz normalen Prozess, der auch wichtig ist. Weil, also das wäre unvorstellbar, wenn wir immer leben würden. Das wollte ich nicht möchten. Wollte ich nicht möchten, ist gut. Denkst du darüber nach? Ja, natürlich denkst du darüber nach. Also vor ein paar Wochen ist eine Arbeitskollegin, eine Freundin von uns tödlich verunglückt. Natürlich denkst du darüber nach. Natürlich beschäftigt dich das. Und das findest du sinnlos, das findest du doof, das findest du grausam. Ja, natürlich, das macht was mit dir. Ich habe einige Freunde schon beerdigen müssen. Das macht was mit dir. Vielleicht sogar mehr, ich glaube sogar mehr als ein Mensch, der mit Tod und Beerdigung nicht so viel zu tun hat. weil immer alle denken, naja gut, der, bei dem ist ja Tod und Beerdigung, Tagesgeschäft. Also ich habe 27 Jahre die Friedhofsverwaltung geleitet mit 500 Sterbenfällen im Jahr. Ja, das ist ja für den Alltag. Nee, wenn das so in der Nähe einschlägt, ist das kein Alltag. Das ist genau dieselbe Katastrophe wie für jeden anderen auch. Natürlich beschäftigst du dich dann damit. dann kommt wieder der Alltag, dann bist du wieder und dann holst du dich wieder ein. Ja, klar, so wie jeden anderen auch. Immer wieder. Und immer wieder denkst du, warum der, warum die, warum so früh, warum so schnell, warum so unnötig. Ja, das beschäftigt dich, klar. Natürlich würde jeder gern gesund alt werden und abends ins Bett gehen und morgens nicht mehr aufstehen. Leider passiert das nicht. Leider sterben Menschen zum Teil sehr früh, zum Teil sehr tragisch. zum Teil sehr grausam und langsam. Das ist halt, das ist leider so und das beschäftigt dich. natürlich beschäftigt mich das. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, die gerade jemand verloren haben, dann bleibt das ein Stück weit auch immer an dir hängen. Also natürlich musst du einen Abstand halten, wichtig, sonst würdest du wahrscheinlich daran kaputt gehen. Aber trotzdem beschäftigen dich natürlich solche Schicksale. Klar. Dafür kannst du vielleicht aber das Leben dann ab und zu mal ein bisschen mehr genießen als andere. Jetzt begleitest du ja, du hast ganz viele Todesfälle schon begleitet, du weißt, was dazugehört, du weißt, was man eigentlich grundlegend schon mal schriftlich festgehalten haben sollte. Hast du für dich sowas wie ein Testament oder irgendwas schon mal besprochen mit deiner Frau, mit deinen Kindern, wie du dir das eigentlich für dich selbst wünschst oder ist das etwas, wo du sagst, also nach mir die Sintflut macht, was er will? Also Testament habe ich natürlich, wobei das Testament nicht regelt, wie du bestattet werden willst. Das Testament wird erst nach deiner Beerdigung geöffnet. Also von daher ist es das schlechteste Platz, da sowas niederzulegen. Natürlich weiß meine Frau, was ich möchte. Was möchte ich? Ich möchte, dass die mich, oder auch meine Kinder, dass die mich so beerdigen, wie es ihnen gut tut. Also, ob ich Erd bestattet oder Feuer bestattet, das ist mir tatsächlich egal. Mir ist wichtig, dass ich so bestattet werde, dass das die Menschen, die mich dann besuchen wollen, für die gut ist und nicht für mich. Ich bin ja dann tot. und die müssen ja dann damit leben. Das ist ein total wertvoller Gedanke, dass du das jetzt so aussprichst, weil ich den für mich selber auch hatte. Also, ich könnte mir jetzt überlegen, was würde mir am besten gefallen, aber viel wichtiger ist ja eigentlich die Frage, wie die, die dann zurückbleiben, überhaupt damit umgehen, weil für die ist das eigentlich das Schlimmste. also für die tut es mir zum Beispiel am meisten weh, wenn ich über meinen eigenen Tod nachdenke. Ich denke weniger über den Tod nach, als dass ich da was verliere. Ich bin ja dann weg. Im besten Falle kurz und schmerzlos, das kann man sich nicht immer aussuchen. Aber die Frage, was die Angehörigen dann am Ende damit anfangen können oder was die brauchen, also brauchen die einen Grab, brauchen die einen Ort oder brauchen sie das nicht? Welches Ritual wäre für diese Menschen am Ende wichtig? Und andererseits ja, merke ich gerade, also es ist eine sehr besondere Situation für mich auch, weil wir jetzt eine Woche nach dem Tod meines Vaters miteinander sprechen, den ich vor einer Woche verloren habe und wir eben jetzt als Kinder tatsächlich vor der Frage stehen, was hätte er sich denn gewünscht und versuchen irgendwie hin und her abzuwägen, was wäre gut, welche Lieder sollen wir spielen, wie hätte es ihm gefallen, was hätte er sich gewünscht, welche Menschen und so weiter und das auch irgendwie überfordernd sein kann und das auch gerade sehr herausfordert, aber es ist ein schöner Gedanke, den du da jetzt so mitbringst, das heißt deine Kinder können oder sollten oder deine Frau, also die Familie, die dann zurückbleibt, soll das so machen, wie es für sie gut ist. Genau, also was für mich immer so mit das Schlimmste war, wenn Menschen zu mir kamen, in die Friedhofsverwaltung und dann musst du ja gewisse Dinge fragen, möchten sie eine Erdbestattung, gibt es eine Feuerbestattung, haben sie einen Grab, brauchen sie ein Neues und wenn dann jemand vor dir sitzt und sagt, darüber haben wir nie gesprochen, ich weiß nicht, ob mein Mann verbrannt werden wollte, dann, also das ist das Schlimmste, was dir passieren kann und dann habe ich immer versucht, ich bin ja nicht mehr aktiv in der Friedhofsverwaltung, das ist mittlerweile eine tolle Kollegin, die das macht und ein Kollege, dann ist es immer die Aufgabe, zu sagen, was ist denn für sie gut und wenn es für sie gut ist, dann war es sicher auch im Sinne ihres Mannes, ihrer Frau, aber das ist dann tatsächlich die Königsaufgabe der Person, die da berät, ob das der Bestatter ist, der ja oft sehr dicht dran ist oder ob das dann die Friedhofsverwaltung direkt ist, ob das ein Pfarrer ist, der die Leute begleitet, also das Wichtige für mich ist immer, dass die Angehörigen mit dem, was sie da tun, ein gutes Gefühl haben und dann war das auch, davon bin ich überzeugt, im Sinne des Verstorbenen und da haben wir in vielen Jahren viel erlebt und was ganz Schlimmes ist, wenn die Leute sich für die falsche Grabart entscheiden und dann viele Jahre ans falsche Grab gehen müssen. Wie meinst du ans falsche Grab? Achso, du meinst, dass sie sich hätten was anderes gewünscht? Genau, wenn die dann sagen, mit mir soll ja keiner mehr Arbeit haben, mit mir soll keiner Last haben und sich dann für eine anonyme Bestattung entscheiden oder für eine Bestattung, wir haben solche Urnenwände, Kolumbarien, sich dafür entscheiden oder von mir aus für eine Seebestattung entscheiden und die Angehörigen dann auf dem Priethof stehen und sagen, was soll ich denn hier, hier kann ich keine Blume hinlegen, hier kann ich keine Kerze anzünden, hier kann ich nicht häkeln, hier kann ich nicht gießen, hier fühle ich mich nicht wohl, hier bin ich am falschen Platz, das ist eine Katastrophe. Warum? Weil man vorher den anderen die Last wegnehmen wollte, ohne mit denen mal zu fragen, ob es überhaupt eine Last wäre. Also es sind ja keine schlechteren Menschen, wenn sich jemand anonym bestanden lässt, weil er das will und weil die Angehörigen das gut finden, ist das okay, absolut okay, muss er damit fertig werden. Aber wenn ich das tue und entziehe mich dann damit praktisch oder entziehe damit den Angehörigen die Möglichkeit ein Grab zu besuchen, dann habe ich doch was falsch gemacht. Und wir haben ja, da hat sich in den letzten 40 Jahren unheimlich viel geändert und wir haben ja wirklich mittlerweile Grabarten, die Gräber sind, die ich besuchen kann, die ich aber nicht pflegen muss. Also ich habe keine Verpflichtung, aber ich habe die Möglichkeit und das ist wichtig. Und wir sind ja auch, also keiner ist ja ganz alleine. Selbst Menschen ohne Angehörige haben Nachbarn, haben Klassenkameraden, haben Schulfreunde, haben was weiß ich, Menschen, die sie kannten, Menschen, die sie mochten und Menschen, die sie irgendwann mal vielleicht auf dem Briedhof besuchen möchten. Und das habe ich ja oft erlebt, dass jemand kommt und sagt, wir haben ein Klassentreffen, vor Namen, die sind gestorben, die würden wir gerne nach dem Kaffee trinken, gemeinsam mit dem Friedhof laufen und die zehn Leute besuchen. Und dann schreibst du dir eine Liste oder druckst den Friedhofsplan aus, macht denen die zehn Kreuze drauf, dass sie das finden und dann denkst du mir, ist doch toll. Und dann hast du die Situation, dass du sagen , der ist halt , ich weiß nicht wo, der wurde halt überführt nach weiß ich nicht oder der war Seebestattung oder der ist nicht bei uns oder der ist anonym bestattet, das ist da hinten auf der Wiese, ja wo, keine Ahnung, links, rechts, oben, unten, natürlich weiß ich das als Verwaltung, aber für die Menschen ist das nicht erkennbar und das finde ich dann immer ganz schade weil keiner ist so, ich sage immer, keiner war so schlecht, dass er nicht jemand kennt, ihn gern hatte und wenn man dann keinen Ort mehr hat den man besuchen kann finde ich das schade gibt sicher Menschen die das okay finden für die es auch okay ist klar gut okay aber ich Zwiesprache führen ein Ritual und das ist doch gut und die Möglichkeiten sollte Friedhof geben finde ich ganz ganz wichtig in der ganzen Bandbreite also von dem spektakulär gepflegten tollen riesengroßen Grab wie man das zum Beispiel in der Zentralfriedhof für Mozart hat oder Lady Di also das ist ja wohl ein riesenspektakuläres Ding ich war noch nie da bis hin zum einfachsten kleinen Gräble wo der Namen steht weil das ist doch das wichtigste was wir haben im Leben unseren Namen und so viel Platz sollte auf jedem Friedhof sein dass der Name von allen Menschen irgendwo steht die da liegen und das haben wir leider nicht mehr also ich persönlich finde es schade andere sagen es doch egal dieses ich möchte niemand zur Last fallen das habe ich schon so oft gehört wo ich dann sage habt ihr denn gefragt ob das überhaupt eine Last ja die Jungen gehen doch nicht mehr auf den Friedhof ja sind sie auf den Friedhof gegangen wie sie jung waren was willst du denn wenn die Jungen willst auf den Friedhof kennst ja keinen also das ist ja auch eine Situation in die ich hineinwachse weil irgendwann dort Menschen liegen die mir lieb waren ganz ganz schlimm finde ich das und von daher habe ich Friedhof glaube ich mit viel Herzblut immer gemacht hänge auch immer noch mit viel Herzblut drin bin nicht mehr an der Front und finde es wichtig dass man da einen guten Job macht weil das den Lebenden gut tun muss ich glaube nicht dass man nach seinem Tod noch was mitbekommt da bin ich jetzt dann glaube ich ein bisschen wie ich halt bin also wenn ich dich richtig verstehe wünschst du dir dann aber schon auch ein Grab auf einem Friedhof und nicht in einem Friedwald weil das wäre ja auch irgendwie in der Assoziation denkbar ich könnte mir vorstellen eine Grabstelle unter einem Baum zu haben ja warum nicht aber bitte auf den Friedhof also ich möchte nicht in einem Friedwald oder Ruheforst oder Friedwald ist ja ein geschützter Name und Ruheforst oder Bestattungswald oder wie das alles heißt ich habe mir da auch sehr sehr viele angeguckt dort möchte ich nicht beerdigt sein weil diese Zugänglichkeit die ist dort nicht gewährleistet ja also werde ich mit 80 und Rollator im Bestattungswald jemand besuchen will im Winter um 18 Uhr dann kann ich das nicht auf dem Friedhof kann ich das da habe ich eine Infrastruktur die mir dabei hilft da habe ich sogar eine Toilette auf die ich schon mal gehen kann da habe ich auch eine Verwaltung die mir sagt wo das Grab ist weil ich es vielleicht vergessen habe und ich kann mich im Wald sehr gut orientieren also ich finde den Baum auch nach zehn Jahren wieder und weiß wo der steht aber das kann auch nicht jeder weil Wald sich auch permanent verändert jahreszeitlich bedingt oder weil es halt einfach Lebensraum ist und sich verändert und ich möchte das nicht wir haben mittlerweile auf unseren Friedhöfen Baumbestattung wir bieten das auch an weil das ein ganz ganz tolles Angebot ist das wir leider nie hatten von daher muss man den Leuten die Friedwald und ähnliches mal erfunden haben dankbar sein dass sie auf diese tolle Idee kam aber bitte nicht im Wald sondern bitte da wo auch die anderen liegen und sonst muss ich ja für den einen zu besuchen nach X fahren und für den anderen zu besuchen nach Y und ich würde schon gern wohnortnah bestappt sein dass die Leute die um mich herum waren oder von mir aus auch in der alten Heimat wo man herkommt ja vielleicht ist das auch toll aber nicht irgendwo im Wald obwohl ich Wald ja schon ganz gern habe wenn du wüsstest dass du noch ein Jahr zu leben hättest von heute an was würdest du dann mit deiner Zeit mit deiner Energie mit deinen Ressourcen tun dasselbe was ich jetzt tue also ich glaube da bin ich so bei Martin Luther wenn ich wüsste dass morgen die Welt unter ginge würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen also ich würde bestimmt die Dinge bewusster noch mal wahrnehmen wollen aber ich würde jetzt nicht sagen ich kündige meinen Job und fahre nach Waikiki und schmeiße mein geiles und haue nochmal richtig auf den Putz nö nö ich lebe so wie ich lebe ganz gern und das macht mir auch Spaß und ich glaube ich wäre sogar so verrückt mir noch neue Aufgaben zu suchen die ich vielleicht in zwölf Monaten dann nicht fertig kriege aber ich glaube nicht dass es der Sonne bringt dann mal richtig auf den Putz zu hauen das habe ich in den letzten 60 Jahren wenn es nötig war gemacht einfach bewusster ganz bestimmt bewusster weiterleben sicherlich die ein oder andere Person besuchen aufsuchen wo man sich schon seit Monaten Jahren vor mit dem müsste ich wieder mal ein Glas Wein trinken oder mit dem müsste ich wieder mal einen Kaffee trinken ja das würde ich wahrscheinlich versuchen aber ansonsten so wie jetzt auch gibt es irgendeinen Konflikt den du noch lösen wolltest bist du ich bin ja mit mir relativ im Rhein wollte ich gerade sagen bist du da mit dir im Rhein ja genau also das ist alles gesagt und gelöst nee es ist nicht alles gesagt es ist nicht alles gelöst es sind ja täglich neue Dinge die dich beschäftigen und es gibt auch Dinge die ich nicht in der Lage bin zu lösen wahrscheinlich aber jetzt den großen Konflikt der vor mir steht oder die große nee das ist glaube ich soweit gut natürlich gibt es immer tausend Kleinigkeiten die du noch machen müsstest könntest ja klar nicht alles ist gesagt nicht alles ist getan nicht alles ist richtig was du machst klar aber vielleicht gibt es dann Dinge vielleicht geht man dann auch tatsächlich nochmal hin mit den Kindern mit der Frau und sagt vielleicht nochmal also wenn man jetzt wüsste noch vier Wochen oder noch acht Wochen noch zwölf Wochen die Chance würde ich sicher auch ergreifen wollen aber den großen Konflikt das große Problem nee das wüsste ich jetzt nicht wo das sein sollte was würdest du deiner Frau und deinen Kindern mitgeben oder teilen was würdest du mit denen dass es schön war also ich bin vor ein paar Wochen gefragt worden ich musste so einen Steckbrief ausfüllen und da hat der Kollege gefragt was steht auf deinem Grabstein und dann habe ich gesagt schön war es also es war doch bis jetzt auch schön also meistens nicht immer meistens und dass sie einfach sagen Mensch der hat ein schönes Leben gehabt jetzt ist es rum und schaut das aus dass ihr mit eurem Rest auch noch guckt dass was schönes bei rauskommt also ja irgendwelche Aufgaben denen noch zu erteilen nee also die müssen ihr Leben leben und schauen dass es schön war und das Bewusstsein zu sagen also wenn ich morgen nicht mehr da bin mir hat es eigentlich ganz gut gefallen ihr habt nichts falsch gemacht im großen Ganzen ging es mir gut und die kleinen Unwägbarkeiten des Lebens die gehören ja auch dazu wäre ja schade wenn du immer nur auf Wolke sieben schwebst dann kannst du es gar nicht mehr genießen also diese Bergen Talfahrt im Leben die gehört ja dazu wenn du sagst Berg und Talfahrt und auch natürlich hast du uns jetzt so in dem Gespräch auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt dass du schon auch diese Räume mit dir selbst als wichtig empfindest sei es dass du rennst also laufen gehst sei es dass du im Wald mit dir in Stille sitzt aber du hast es geschafft für dich so gut im Reinen zu sein mit allem was würdest du mir oder deinen Kindern oder Menschen die das von dir gerne hören wollten mit geben worauf zu achten ist aus deiner Sicht was was wir nicht vergessen dürfen was wie schaffe ich denn anders gefragt wie schaffe ich denn dass es schön ist dass ich am Ende sagen kann es war schön wie schaffe ich das denn aus deiner Erfahrung aus deiner Lebenserfahrung aus also es gibt eine es gibt mehrere Punkte glaube ich einer ist für mich Dinge die ich nicht ändern kann so zu akzeptieren wie sie sind abends wird es dunkel morgens wird es hell das kann ich nicht ändern das ist so und das nehme ich dann auch so an und ansonsten habe ich mal gelernt ändern oder akzeptieren das heißt Dinge die mich stören Dinge die nicht so sind wie ich sie gerne hätte die muss ich entweder ändern oder ich muss sie so wie sie sind akzeptieren aber daran mich ewig zu reiben und ewig zu stören und mich immer wieder über dasselbe aufzuregen das funktioniert nicht also daran würde ich kaputt gehen das heißt wenn ich die nicht ändern kann dann akzeptiere ich sie oder ich suche mir was anderes also ich kenne Menschen die sich jeden Tag über ihr Geschäft aufregen dann denke ich mir dann geht woanders arbeiten also das macht doch dann keinen Spaß dafür ist das Leben da natürlich muss ich jeden Tag irgendwelche Kompromisse machen muss Dinge die ich nicht ändern kann akzeptieren oder manche Dinge habe ich keine Zeit zu ändern oder will sie nicht ändern aber Dinge die mich wirklich richtig stören die muss ich ändern oder akzeptieren und Dinge die ich nicht ändern kann mit denen muss ich versuchen zu leben und das geht ja auch gut finde ich also könnte man schon sagen dass du mit den Dingen mit denen du nicht zufrieden warst die korrigiert hast die du korrigieren konntest und ansonsten annehmen annehmen ist ja so einfach gesagt aber annehmen ist oder akzeptieren ist eine riesengroße Leistung sich da auch hinzugeben also tatsächlich zu sagen und auch zu fühlen es ist nicht veränderbar oder es ist für mich jetzt nicht ich habe da keinen Einfluss mehr darauf und dabei bleibt es genau das so das genau Dinge akzeptieren annehmen blöde zum Beispiel ist immer nachts ist dunkel ich kann natürlich ein Licht anschalten dann kann ich punktuell da was aufhellen aber die Nacht ist dunkel und der Tag ist hell das muss ich akzeptieren das muss ich annehmen oder will ich annehmen kann ich annehmen das ist das eine und das andere ist sich immer wieder Ziele setzen die aber auch erreichbar sind damit ich nicht dauernd scheitern muss also du kennst vom Sport das ist ja Quatsch sich vorzunehmen also für mich unerreichbar einen neuen olympischen Rekord aufzustellen kann ich nicht unmöglich aber ich kann mir ja vornehmen dass ich zehn Kilometer in der Zeit laufen kann oder dass ich einen Marathon laufen kann da muss das ein realistisches Ziel sein dann kann ich darauf zuarbeiten kann dieses Ziel erreichen und das ist ja ein Glücksgefühl also nicht scheitern an einem Ziel was hoch war aber erreichbar ist und das macht Spaß und das macht das Leben lebenswert ob das jetzt beruflich ist oder im Sport als Sport ist immer so ein gutes Beispiel an dem man das finde ich gut messen kann ich habe schon Anspruch auch an mich selbst aber wenn der Anspruch zu hoch ist und ich den nie erreichen kann dann scheitere ich ja dauernd an mir selbst und an den mir gesetzten Zielen und ich glaube das macht Menschen kaputt zu niedrig sich die Ziele setzen dann erreiche ich die dauernd auch langweilig also ab und zu mal scheitern ist ja dann auch mal ganz schön das war jetzt doch vielleicht zu groß für dich ohne dass da bei dir selber was passiert also dieses Spagat hinzukriegen ich glaube das ist auch was was das Leben dann lebenswert macht und wo man dann zufrieden ist wo man dann auch Ruhe seine eigene Ruhe mitfindet dass man sagen kann Mensch jetzt habe ich meinen ersten Marathon das habe ich geschafft bin ins Ziel gekommen sogar schneller als ich vorhatte und das ist toll das nimmst du mit und daran wächst du auch finde ich toll und wenn du ein Ziel setzt was du nicht erreichen kannst dann scheiterst du dauernd das ist ja doof ja du gehst ja kaputt also ich glaube das ist auch so was Dinge akzeptieren die Dinge die ich ändern kann ändern realistische Ziele setzen möglichst hoch aber eben erreichbar und dann versuchen die meisten davon noch zu erreichen das ist schon so ja ich habe schon an viele Dinge einen hohen Anspruch manchmal schaffe ich es gibt es aktuell Ziele die du hast noch also gibt oder gibt es sowas wie eine Bucketlist wo du sagst das sind jetzt noch fünf Sachen die möchte ich gerne auch in meinem Leben noch umsetzen ja beruflich natürlich da gibt es da gibt es ein paar ach ja ich habe jetzt plane jetzt gerade so einen Neubau bei mir auf dem Gelände Betriebsumbau den möchte ich zumindest noch ob ich es fertig kriege weiß ich nicht in der Zeit die mir noch bleibt aber weitestgehend fertig kriegen auf jeden Fall irgendwann will ich nochmal einen Marathon laufen das wollte ich dieses Jahr das hat aber nicht geklappt ich werde langsam älter und ja du musst dich dann auch wirklich du musst die Zeit haben zum trainieren das war jetzt irgendwie nicht so also seit Corona bin ich da ein bisschen ich hatte nie Corona aber es hat irgendwie was mit mir gemacht dass ich zwar trainieren durfte aber nie starten durfte jetzt habe ich keine Lust mehr zum starten und dann denke ich wieder doch und ja das ist jetzt gerade so was wo noch mit mir mich umtreibt und ansonsten passt es im Großen und Ganzen viele klar viele viele Dinge du willst deine Enkel aufwachsen sehen und was weiß ich ja tausend Sachen aber jetzt so große Ziele beruflich diesen Neubau diesen Umbau meine Nachfolge gut vielleicht versuche meine Nachfolge gut zu regeln ist ja nicht meine Aufgabe entscheiden ja andere Menschen entscheide ich ja nicht aber da möchte ich zumindest dran mitwirken ja also gut da auch rauskommen dann aus dem Geschäft wenn ich mal in Rente gehe ist mir auch wichtig und da Betrieb zu hinterlassen wie ich mir gewünscht hätte ihn vorzufinden als ich da angefangen habe das ist mir schon wichtig aber wenn es mich heute auf der Heimfahrt zerreißt dann kannst du das auch nicht mehr umsetzen dann müssen wir das andere tun die machen es auch aber jagen möchtest du noch bis zum Ende oder geht das gar nicht darf man das gar nicht doch jagen möchte ich noch solange ich das kann ja klar und wenn ich das nicht mehr kann dann werde ich halt ohne Gewehr noch viel Zeit hoffentlich im Wald verbringen also es ist ja auch du musst ja auch einigermaßen noch fit sein ja so eine Waffe musst du tragen können die musst du noch bedienen können und ich möchte ja nicht irgendwie als der Nizerni in der Talerkreis dann in der Gegend rumballern also ja Quatsch aber im Wald sein sicher noch und mich an dem Thema Jagd beschäftigen auch sicher noch ob es dazu dann immer eine Waffe braucht mit der ich dann tatsächlich selber schieße ich mache das jetzt über 40 Jahren also das Beutemachen ist mir nicht mehr so das Wichtigste das war gab es Zeiten da war das Wichtigste ist mir nicht mehr so das Wichtigste draußen sein irgendwann dann halt ohne Gewehr ja aber das schon wenn es geht bis zum Lebensende ja auf der Hütte sein auf der Hütte sein mit dem Hund im Wald sein also Hund und Hunde Ausbildung ist mir was ganz wichtig macht mir ganz viel Spaß ja noch mit den Jägern mit den Jagdkollegen Kolleginnen es gibt ja mittlerweile ganz ganz viele Jägerinnen das tut mir gut mit Gleichgesinnten was machen das geht ja jedem so also ob ich jetzt Kegeln gehe oder Fußball spielen oder mit Gleichgesinnten was tun ist ja immer schön es dämmert langsam draußen und ich habe noch so zwei, drei Fragen die ich einfach mal so zusammenhanglos zusammenhangslos zusammenhangslos fragen möchte wenn du wenn du noch kannst ja ja du hast gesagt du erlebst auch Menschen die eben die Fähigkeit haben sich dann jeden Tag über die eigene Arbeit zu beschweren und dann ist die Frage warum änderst du nichts daran das haben wir jetzt so mitgenommen über was beschwerst du dich am meisten was regt dich richtig auf bin ich aufgeregt was regt was regt mich am meisten das ist eine richtig gute Frage über die ich aber leider jetzt im Moment nachdenken muss was regt mich richtig auf wo erwischst du dich dass du immer mal drüber schimpfst über das über über Intoleranz über Ignoranz über also so Menschen die alles schlimm finden alles furchtbar finden an allem nur nörgeln aber selber ich sage es jetzt mal so krass den Arsch nicht hoch kriegen ja die selber nichts erreichen von anderen aber immer erwarten alles richtig zu machen das ist was was mich wahnsinnig ärgert wo ich mir denke Mensch bring doch erstmal deinen Teil und dann können wir gerne schauen wie wir eine Lösung finden aber immer noch alles schlimm finden alle sind alle anderen sind doof ich bin der einzig schlau auf dieser Welt und aber selber also ich finde ja toll also ich finde Menschen toll die 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 Dinge tun auch wenn ich die Dinge dann manchmal vielleicht für mich nicht nicht in Frage komme also dieses dieses ja auch über sich über die Welt aufregen sich über die Politik Kritik aufregen sich über alles aufregen aber selber zu faul sein wählen zu gehen in der Lage sein sich irgendwo einzubringen da denke ich mir jetzt geht es noch ja tu doch was bevor ihr meckert ja das ärgert mich oft dieses ich weiß gar nicht ob es ein Wort für gibt oder das fällt mir zumindest gar nicht ein das ärgert mich die Wutbürger sind das die Wutbürger weiß ich nicht ja vielleicht ja diese ewig besserwissen nörgler ja aber nichts auf die Reihe kriege also ich bin ja auch einer der immer mal weiß was besser wie andere ja klar wir alle wahrscheinlich aber ich versuche auch meinen Teil dann dazu beizutragen und wenn ich dann merke die anderen haben doch recht dann kann ich das auch ganz gut akzeptieren aber immer nur an allem rumnörgeln und selber nichts hinkriegen das ist was wo ich ganz ganz furchtbar finde was mich im Geschäft und auch privat dann immer wieder ärgert ja da kann ich dann schon mal richtig sauer werden was aber auch nichts nutzt weil ich kapiere das nicht jetzt hast du gesagt du hast keine Angst im Wald du hast auch gesagt du hast keine Angst vor dem Tod wovor hast du denn Angst ich habe glaube ich gar nie Angst also Angst du erschreckst mal vor was das ist ja auch Angst das ist ja auch Angst klar ich wüsste jetzt nicht wovor ich wirklich Angst habe es gibt Dinge die ich wahrscheinlich nicht tun würde ja aber nicht weil ich davor Angst habe sondern weil ich es unnötig oder blöd finde aber Angst wahrscheinlich habe ich wenn ich jetzt heute Abend durch die Stadt gehe und es kommt im Dunklen ein riesengroßer Mensch auf mich zu und ich denke der tut mir was dann kriege ich vielleicht Angst klar aber jetzt gezielt zu sagen vor der oder der Situation oder vor dem und dem Ereignis habe ich Angst nö wüsste ich jetzt nicht nö warum auch also nö fällt mir echt nichts ein weil du weil du vielleicht von dir weißt dass du immer wieder auch eine Lösung finden wirst oder dass du dann in Situationen auch wenn sie herausfordernd sind dich gut halten kannst oder vielleicht auch andere Menschen gut halten kannst also es braucht ja schon auch eine gewisse Verwurzelung mit sich selbst oder auch eine Kraft die man in sich selbst trägt um zu sagen ja also egal was passiert aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen also vielleicht hast du deshalb keine Angst ich weiß es nicht also ich habe glaube ich ein ganz gutes Standing ja ich habe auch schon ganz viel erlebt ich war ja auch viele 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 Jahre in der Feuerwehr aktiv auch sehr sehr also auch in verantwortlicher Position viele Jahre aktiv da habe ich viele Dinge erlebt die grenzwertig waren ja die auch lebensgefährlich waren für mich und auch für andere da bin ich immer ganz gut rausgekommen weil ich da eine ganz gute ja da bin ich ganz gut aufgestellt also ich weiß mich in solchen Situationen ganz gut zu verhalten was natürlich nicht heißt dass mir nie irgendwas passieren könnte klar aber deswegen habe ich vor solchen Dingen auch keine Angst weil ich in der Regel bisher immer gute Lösungen fand und mir das auch in der Regel aber zutraut und glaube auch ein gutes Gespür habe dafür was ich kann und wo ich dann besser die Finger von lasse das heißt du so wie das klingt also Feuerwehr Friedhof Jagd äh du verstehst es einen kühlen Kopf zu bewahren also ich behalte auch in Extremsituationen einen sehr guten ruhigen Kopf also dafür habe ich zu viele Extremsituationen erlebt ja und wenn du da der bist der die Entscheidung treffen muss das weiß ich sehr sehr oft dann darfst du alles haben nur keine Panik also die wenn die überspringt auf die handelnde Person dann hast du verloren von daher habe ich da glaube ich ein ganz gutes Standing und dann halte ich ich halte auch viel aus also das traue ich mir zu deswegen wüsste ich jetzt nicht worauf ich Angst habe also klar wenn du jetzt in ein Flugzeug steigst und fliegst los dann denkst du natürlich mal drüber hoffentlich geht es gut ja ähm klar solche Gedanken hat man ja oder wenn du auf eine hohe Leiter steigst und denkst na hoffentlich fahre ich nicht runter aber das ist ja keine Angst nee das ist ja so ein das ist so ein kurzes das mache ich mir bewusst das könnte ja das könnte ja schief gehen aber deswegen habe ich ja keine Angst und steige da nicht ein ja ähm und ich glaube wenn ich in solchen Situationen bin dass ich dann ganz gut reagiere darauf würde ich mich verlassen jetzt ist es ja so dass wenn man in so sehr herausfordernden Situationen ist und das alles dann auch managt und man kann den kühlen Kopf bewahren und man hat die Verantwortung und man weiß dass jetzt hier keine Emotionen in irgendeiner Weise zielführend oder unterstützend sind sondern eher kontraproduktiv Panik ist das Schlimmste was passieren kann und trotzdem und dennoch hast du ja herausfordernde Situationen und Momente erlebt sei es auf dem Friedhof sei es in der Feuerwehr oder auch im privaten Kontext ich kenne das so dass die Menschen oftmals dann im Nachgang auch erst ihre Gefühle oder ihre Emotionen sich selbst erlauben zu fühlen oder dass dann dafür im Nachgang auch erst Raum ist bist du jemand der das dann sehr mit sich selbst ausmacht fühlst du dann nochmal im Nachgang durch eine herausfordernde Situation oder was spielen Emotionen und Gefühle dann für dich an der Stelle für eine Rolle also ich glaube das ist so eines der Probleme die ich habe dass ich meine Gefühle und Emotionen glaube ich immer mit mir ausmache und nicht mit anderen ich glaube das ist auch oft nicht gut also ich glaube gerade auch so in der Beziehung in der Familie da ist glaube ich gut man würde seine Emotionen auch mal zeigen oder mal auslassen nee das mache ich doch glaube ich meistens mit mir selber aus warum weil ich so bin wie ich bin also man macht sich ja auch nicht selbst glaube ich jedenfalls weil ich das nicht gelernt habe weil ich das nicht gelernt habe weil es das bei uns dafür in dieser in dieser Familie in diesem Geschäft kein Raum war ja ja wenn du gefallen bist und hast geweint dann wurdest du vielleicht auch getröstet klar aber das aufzuarbeiten und zu fragen was hat das mit dir gemacht dafür war kein Raum da ja dann hast du das nicht gelernt und ja da mache ich wahrscheinlich viel zu viel mit mir selber aus klar ja das ist wahrscheinlich auch ein Fehler aber mit 60 sich da noch zu ändern ist schwer und dann hat man glaube ich klar man hat ja so seine hat ja schon so seine Freunde oder Bekannten ja Freunde dann aber da hat man ja auch den Freund A mit dem er das Problem bespricht und den Freund B oder die Freundin B mit dem er das Problem bespricht oder sich da mal raus lässt oder die Familie aber so die Emotionen immer alle zeigen das habe ich nie beigebracht bekommen das hat man mir nie nie gelernt tue ich leider auch sehr selten das heißt ich würde jetzt nicht als eher Fremde wenn ich jetzt mit dir eine Woche hier Zeit verbringen würde würde ich jetzt nicht merken ob du wütend bist oder ob du traurig bist ich meine ich habe da ganz gute Fühler dafür wahrscheinlich würde ich es spüren aber du würdest es versuchen sozusagen zurückzuhalten also wenn ich wütend werde das merkst du relativ schnell weil du dann was machst weil ich dann sehr deutlich werde wenn mich also wenn mir was nicht passt das mache ich dann schon klar aha wirst du denn also verbal wütend oder haust du auch mal auf den Tisch ich schaue dann auch im Notfall auf den Tisch und sage wie ich es gerne hätte aha also im Geschäft noch mehr wie privat ja da schlucke ich dann eher mal was runter weil ich dann man wägt ja mal ab ist mir dieses Ding jetzt einen Streit wert oder ist das vielleicht nur so dass ich mich da zwar drüber ärgere aber eigentlich nicht wert ist deswegen also nur den Elefanten zu machen ja im Geschäft bin ich da konsequenter wenn mich da was stört wird es konsequent ja behandelt und gelöst ja also wenn ich schlechte Laune habe das merkt man ja wenn ich traurig bin wahrscheinlich merken das Menschen die mich kennen auch ja logisch ganz bestimmt aber die kommen dann auch glaube ich nicht immer an mich ran ja das ist halt dieses Problem mit dem Zeigen von Emotionen das muss man glaube ich lernen wenn das Kind nicht lernt lernt man das glaube ich auch später nicht mehr aber wie gesagt das macht mich auch also ich komme da mit dir auch gut klar das ist ja das wo ich mir sage ich komme mit mir selbst ganz gut klar ich komme mit mir selbst da ins Reine ich brauche da keine Schulter zum Ausweinen auch wenn das die Schulter vielleicht manchmal ganz gerne hätte aber ja aber merken wenn ich schlechte Laune habe das merkst du schon relativ schnell ja klar hält aber auch in der Regel mit sehr lange an weil wenn es raus ist ist es ja dann wieder gut wann hast du das letzte Mal geweint? wann habe ich das letzte Mal geweint? wahrscheinlich bei der letzten Person die ich verloren habe wann habe ich das letzte Mal geweint? ich könnte es dir nicht sagen doch doch ich habe das letzte Mal geweint als ich meinen meinen zweiten Hund einschläfern musste ja das war wann? das war Anfang Juni Juni ist noch nicht so lange her nein ist noch nicht so lange her und die liegt auch nicht weit von hier entfernt und die besuche ich auch und das war ein ganz besonderer also ich glaube das war wirklich tatsächlich einer ich habe ja viele Hunde gehabt ein ganz besonderer Hund und ein Hund ist bei uns ein Familienmitglied das ist eine ganz ganz enge Bindung und wenn du den verlierst das tut dir sehr weh ja also mir auf jeden Fall und ich glaube das war das letzte Mal war deine Hündin es war eine ja ich habe immer nur Hündin ah ja immer Hündin wie hieß sie? das war Vita das Leben Vita ja also ich habe sie hier noch gesehen ja ja und da hat es ja hier das sozusagen ihr Nachkommen schon da war war India schon da? ja 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 und dann hast du da sozusagen für dich auch ein kleines Ritual gemacht wahrscheinlich und sie vergraben und so weiter aber eben auch für dich alleine das hast du mit dir selbst dann auch ausgemacht ja ich meine die war Bestandteil unserer Familie da hat meine Frau mindestens so viel getrauert wie ich ganz ganz bestimmt ähm wir hatten auch einen kleinen Disput wo kommt sie in den Garten oder kommt sie in den Wald? ganz klar die muss zu mir in den Wald also da war da war ich null Kompromissbereitschaft und meine Frau war dann auch nicht in der Lage mit hochzufahren ähm allerdings hat meine eine Tochter angerufen und hat gesagt sie kommt sie will dabei sein ja also das war dann so aber das nehme ich jetzt meiner Frau nicht übel das war für sie halt in der Situation nicht machbar und ähm ich hätte das auch allein gemacht weil ja ne das ist mir ja so zum Tier auch schuldig da hänge ich schon sehr dran an meinen Viechern ja 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 und ähm du sagst du gehst dann auch immer mal hin sprichst du dann auch ja klar ich rede ja auch mit dem lebenden Hund ich rede ja auch mit dem Toten klar schön ja also es ist für mich auch ähm wir beschäftigen uns jetzt zuteils oder seit ein paar Jahren mit dem Thema Mensch-Tier-Bestattung das ist auch so ein Thema ähm insgesamt auf deutschen Friedhöfen ein Thema und ich bin ja der der immer schon seit 20 Jahren sagt warum bestatten wir keine Tiere in den Gräbern wo auch Menschen sind weil die liegen zusammen auf der Couch warum soll die demselben Grab liegen ist jetzt auch gerade in unserer aktuellen Änderung der Friedhofssatzung vorgesehen dass das erlaubt wird ähm als Einäscherung also als Urne ähm weil ich glaube dass wir mit unseren Tieren so eng leben und für viele Menschen ist das die Bezugsperson warum sollen wir jetzt auch gemeinsam warum sollen wir jetzt auch in demselben Grab liegen warum soll ich nicht mit meinem toten Hund reden oder mit meinem Leben dann ich glaube manchmal mit dem rede ich mehr wie mit manchen Menschen kriege ich auch keine Widerworte ne klar ja das sind sind enge soziale Kontakte die die Menschen zu ihren Tieren haben finde ich auch gut das habe ich noch nie gehört finde ich aber eine ganz ganz schöne Überlegung dass das möglich ist Mensch-Tier-Bestattung es gibt einige Friedhöfe bei denen das schon geht allerdings ähm in der Regel so dass es eigene Felder dafür gibt in denen das erlaubt ist und in anderen Feldern ist das nicht erlaubt und das finde ich ähm das finde ich nicht nicht richtig das finde ich einschränkend und finde ich auch inkonsequent weil was mache ich denn wenn mein Mann vor zehn Jahren gestorben ist und jetzt stirbt mein Hund und dann ja lasse ich mich dann mit meinem Hund in einem anderen Feld und mein Mann allein also das macht ja was mit den Menschen ja und ähm was dagegen spricht was das Argument was dagegen spricht ist immer dass Leute sagen ja ich will doch nicht dass in meinem Nachbar Graben Hund liegt ähm wirklich ja das stört mich das ist pietätlos das entspricht nicht der Würde des Friedhofs also das sind dann Argumente die dann dagegen sprechen wo die Menschen sagen das befremdet mich ja muss man auch ernst nehmen muss man auch akzeptieren aber ich habe ja auch keinen Einfluss wenn mein Nachbar ein Hund hat ja also ähm das sind so Dinge wo ich mir denke warum muss ich mich daran stören was mein Nachbar auf seinem Grab ich sage dann immer sei doch ein Nachbar ich kann mich auch stören was der in seinem Garten macht ähm aber ich kann das doch auch akzeptieren ich kann doch akzeptieren dass jemand in seinem Garten mit seinem Hund spielt mit seinem Hund auf der Couch liegt und den Hund zu sich ins Grab nimmt kann ich doch akzeptieren das schändet doch nicht meint mein Garten oder mein Grab oder mein Haus ja also das ist gerade eine tolle Diskussion die da geführt wird und finde ich auch spannend und finde ich auch gut mein Hund käme nie in mein Grab meine Hunde kommen in den Wald da wo sie mit mir gejagt haben aber ähm für Menschen die keinen Wald haben die keinen Garten haben finde ich das eine ganz ganz tolle Möglichkeit ja warum nicht ja doch es ist auch so eine Baustelle die ich noch am Waggern bin tatsächlich ja stimmt ich hab doch noch ein paar noch ein paar Baustellen offen wenn du sagen wir mal es gäbe die Möglichkeit das würde jetzt so ein Wald so eine kleine Waldfee hier sich auf dem Tisch setzen in deine Hütte und würde vor dir sitzen und würde sagen du hast einen Wunsch frei der darf nicht dich betreffen das ist einfach was würdest du dir dann wünschen einfach mal auf der ganzen Welt keinen Krieg das wäre doch mal was betrifft mich natürlich auch ja klar dass das indirekt dann auch irgendwas mit dir zu tun hat klar aber das wäre jetzt die Frage gewesen wem würdest du etwas wünschen und da sagst du jetzt eigentlich betrifft das dann für dich die ganze Welt unsere Menschheit ja also ich meine uns geht es ja wahnsinnig gut was kann ich denn dafür dass ich in Deutschland auf die Welt kam nichts Glück gehabt uns geht es ja wahnsinnig gut und es wäre doch schön wenn es uns allen ein bisschen also wir müssen nicht alle in Saus und Braus leben es wird immer reichere Leute ärmere Leute das wird es wohl geben das ist vielleicht auch okay aber warum muss es Menschen geben die verhungern und andere die es essen in den Mülleimer werfen weil sie es nicht gegessen bekommen also das ist was wo ich ganz ganz furchtbar finde und warum muss man Konflikte mit Waffen klären also ich besitze ja Waffen ich benutze ja auch Waffen aber doch nicht um Konflikte zu klären ja also das finde ich furchtbar und da bin ich machtlos völlig machtlos und wenn ich Wunsch frei hätte bei so einer Fee dann würde ich mir das wünschen also Frieden und satte Menschen dann denke ich wäre schon mal viel geschaffen ja wir müssen nicht alle in Sausen Braus leben das braucht ja keiner ja also lieber Herbert erst mal bis hierher vielen vielen Dank für deine Zeit ich finde es total gemütlich mit dir hier zu sitzen hier sind die Kerzen noch an jetzt kommt gerade diese blaue Stunde von der du gesprochen hast ja wir sehen so langsam die Bäume um uns herum wir sitzen ja mitten im Wald und werden jetzt vielleicht auch nochmal so ein kleines Begängnis um die Hütte machen danke für deine Zeit dass du so früh für mich aufgestanden bist hier für uns alle die da diesen Podcast hören werden und dass wir so mal ein bisschen tiefer getaucht sind mit ein paar Fragen ich hoffe du hattest auch deine Freude wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hast etwas zu sagen oder zu teilen vielleicht das letzte Mal auf diese offizielle Weise ich weiß nicht hattest du schon mal ein Interview ich hatte schon Interviews ja tatsächlich vom Radio ah ja oder auch der Zeitung klar okay wir wollen mal nicht hoffen dass es das letzte Interview ist aber wir gehen mal davon aus dass du vielleicht jetzt nochmal auf einer persönlicheren oder in einem persönlicheren Rahmen die Möglichkeit hast nochmal was zu sagen was dir auf dem Herzen liegt gibt es noch etwas was du Anführungsstrichen loswerden möchtest beziehungsweise was du nochmal aussprechen möchtest ich denke das war toll ich weiß gar nicht wie lange haben wir jetzt geredet warte wie lange haben wir uns jetzt unterhalten jetzt ist es gerade zwei Stündchen zwei Stunden Wahnsinn zwei Stunden ne ich finde das war jetzt echt spannend echt toll Exkurs vom Wald auf den Friedhof und vom Friedhof wieder in den Wald ja die Feuerwehr gestreift ne war war gut war toll ähm ich muss der Welt glaube ich nichts mitteilen ähm ich würde mir wünschen dass die Menschen mit sich ins Reine kommen ich würde das würde ich mir wünschen ich würde mir wünschen dass es ein bisschen gerechter auf der Welt zugeht aber das sind ja Dinge die wir uns alle hoffentlich wünschen und versuchen unseren Teil dazu beizutragen aber was ich jetzt allen unbedingt mal erzählen müsste wir vielleicht ja aber genau wir haben ja viel geteilt aber vielleicht gibt es gibt es was noch was du deinen Kindern deiner Familie als Botschaft durch dieses Mikrofon mitgeben möchtest vielleicht auch nicht vielleicht hast du schon alles gesagt ich bin froh dass ich die alle habe also ich bin froh für die Menschen die um mich herum sind das ist so und das sage ich wahrscheinlich zu selten ich habe dieses Jahr meinen 60. gefeiert und dann habe ich das ja auch gesagt und dann habe ich auch meinen zwei Töchtern gesagt und der Sohn von meiner Frau dass ich auf die alle stolz bin ja auch wenn ich das viel zu selten sage ich finde das toll ich finde tolle Freunde tolle Bekannte tolle Menschen um mich herum auch ein paar auf die ich gut verzichten könnte aber selbst die finde ich eigentlich ganz irgendwie dann auch wieder gut weil da kannst du dich dran reiben und du kannst dann du merkst ja dann auch dass du anders bist wie die und das hat dich ja auch irgendwo hingebracht also dann denkst du ist doch eigentlich gut dass ich da bin wo ich bin und da wo ich bin fühle ich mich auch sehr wohl und zufrieden schön ja und ich denke dass so meine Freunde meine Bekannte meine Familie ich hoffe meistens auch mit mir zufrieden sind nicht immer das geht nicht dafür bin ich manchmal zu eckig und zu kantig und auch vielleicht ein bisschen zu blöd aber ich glaube meistens können die mit mir auch ganz gut sein und das ist doch schön sehr schön deswegen steht auf meinem Grabchen auch schön war's der hoffentlich noch lange warten muss vielen lieben Dank Herbert gerne hat Spaß gemacht danke ich hoffe sehr dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest was hat dich besonders berührt was nimmst du für dich mit ich freue mich sehr wenn du dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an deine Freunde weiterleitest wenn du magst verbinde dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir alle Informationen dazu findest du in den Shownotes außerdem lade ich dich ein auf meiner Webseite vorbeizuschauen dort findest du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote sei es als Coach Speakerin oder Lehrerin auch kannst du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren der dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt ich freue mich sehr dass es dir deine kostbare Zeit wert war hier mit mir zu verweilen und von ganzem Herzen wünsche ich dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020